Deswegen ist spätestens jetzt der Zeitpunkt zum Handeln. Dieses Wochenende. Wir entfachen wieder einen Storm auf Twitter wie vor einem Jahr. Nicht ohne mein Kopftuch. Inshallah zählen wir auf jeden Einzelnen von euch. In Österreich ist es leider passiert. Kinder dürfen an Grundschulen in Österreich kein Kopftuch mehr tragen. Dies beschloss das Parlament vor knapp zwei Wochen. Vor über einem Jahr hat Kanzler Kurz oder besser gesagt der ehemalige Kanzler den Vorschlag in die Öffentlichkeit getragen und schon heute bestimmt er die Lebenspraxis unserer Geschwister in Österreich. Und auch damals fühlten sich schon populistische Akteure wie Serap Güler gestärkt durch den österreichischen Vorschuss, versteht sich, und forderten die Einführung desselben Gesetzes für Kinder unter 14 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Geschichte wiederholt sich. Nachdem das Gesetz in Österreich vom Parlament verabschiedet wurde, fühlte sich diesmal die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Wiedmann-Mauz, dazu berufen, das Kopftuchverbot auch hier endlich durchzusetzen und prüft derzeit eine Verbotsverfügung. Die Stigmatisierung der Muslime schreitet weiter voran. Die Akteure heißen mal Laschet, mal Wiedmann-Mauz, mal Cem, mal Serap. Sie spielen sich hierbei gegenseitig den Ball zu und sind alle Teil des Anti-Islam-Orchesters, das seit dem 11. September 2001 von medialen und politischen Meinungsmachern dirigiert wird. Und Praktiken des islamischen Lebens stehen seither permanent unter Beschuss. Mal das Gebet, mal das Kopftuch, mal das Fasten, mal die Beschneidung und ab und zu ist es dann auch der Händedruck. Wir haben gerade den Monat Ramadan und im letzten Jahr äußerte die Familienministerin Giffey ihre ungefragte Meinung, als sie ihre Beobachtung kundtat, und zwar, dass muslimische Kinder durch das Fasten in der Schule schlechtere Leistungen vollbringen würden. Natürlich versteht sich von selbst, ohne irgendwelche Belege anzuführen. Dieses Jahr im Ramadan, also vor zwei Wochen, forderte die hessische Justizministerin Kühne-Hörmann, dass Eltern, die ihre Kinder zum Fasten animieren, strafrechtlich sanktioniert werden sollen. Und sie führt das aus. Sie wirbt nämlich für eine Erweiterung des Paragrafen 171 des Strafgesetzbuches, der bei der Verletzung der Fürsorge und Erziehungspflicht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vorsieht. Dieser Paragraf greift aber nur in sehr eindeutigen Verletzungen der Fürsorgepflicht zu, wie zum Beispiel, wenn Eltern ihren Kindern Drogen verabreichen oder ihnen sagen, dass sie sich prostituieren sollen und so weiter. Aber ihrer Meinung nach reiche dies noch nicht aus, um Kinder und Jugendliche vollumfänglich in ihrer ungestörten Entwicklung zu schützen. Kinder, die durch ihre Eltern zum Fasten animiert werden, fallen logischerweise nicht unter diesen Paragrafen. Und das will die ambitionierte Frau Kühne-Hörmann ändern. Und wir wissen, wie diese politischen Spielchen laufen. Giffey wirft ihre Meinung vor einem Jahr in den Raum, ohne eine Strafe für die Eltern zu fordern. Ganz aktuell fordert dann Frau Kühne-Hörmann, dass Eltern mit bis zu drei Jahren bestraft werden sollen. Das pendelt sich dann irgendwo in der Mitte ein. Dann heißt es, ja, die Forderung von Frau Kühne-Hörmann ist übertrieben. Die gute Frau hat etwas über die Stränge geschlagen. Aber dann sagt man gleichzeitig, das, was Frau Giffey sagt, ist aber auch nicht falsch. Das ist schon nicht gut für die Kinder. Das sollten wir schon irgendwie auf die ein oder andere Art und Weise ahnden. Vielleicht nicht ganz so hart, wie es die Frau Justizministerin fordert. Aber das Problem muss angegangen werden. Also man einigt sich dann zumindest darauf, dass dies ein großes Problem darstellt. Alleine schon durch den Rahmen, in dem die Debatte geführt wird. Alleine schon wegen der Art des öffentlichen Diskurses. Diese Akteure schieben sich gegenseitig den Ball zu. Teilweise über Jahre hinweg, um so durch eine gezielte Diskursverschiebung Ausdrucksformen der islamischen Lebensweise im öffentlichen Bewusstsein nachhaltig als Problem und Gefahr zu verankern. Deswegen dürfen wir Muslime nicht blind sein. Es wäre ein fataler Fehler, wenn wir jetzt sagen, nun gut, Kinder müssen ja eh nicht fasten oder das Kopftuch tragen. Denn die Akteure, die so ein Verbot befürworten bzw. fordern, dann geht es hier nicht um die Einhaltung der islamischen Rechtssprüche, die du und ich heranziehen. Es geht ihnen um das genaue Gegenteil dessen. Die Herleitungen und die Herangehensweisen sind ganz andere. Und außerdem bleibt es nicht dabei. Damals wurden Burka und Niqab-Verbote diskutiert. Und auch hier hieß es, lass sie doch, trägt doch eh keiner und ist auch für viele Muslime ohnehin nicht verbindlich. Ja, richtig. Aber es geht hier weder um die Anzahl der Trägerinnen, noch darum, inwieweit welche Meinung islamrechtlich stärker ist. Später sprach man über Kinder, die den Hijab tragen. Also es ging nicht mehr nur um Burka oder Niqab. Nun ist man bereits beim Kopftuch unserer Töchter und Schwestern angelangt. Und morgen wird man über das Kopftuch von erwachsenen Frauen sprechen. Siehe Frankreich, wo das Kopftuchverbot für Kinder an Schulen schon sehr lange rechtskräftig ist. Vor knapp zwei Wochen wurde ein Gesetz in Frankreich beschlossen, das den muslimischen Müttern verbietet, Kopftuch zu tragen, wenn sie ihre Kinder zu Klassenfahrten oder Ausflügen begleiten. Das wurde neulich in Frankreich beschlossen. Morgen darf man die eigenen Kinder, wenn man Kopftuch trägt, vielleicht noch nicht mal mehr zur Schule bringen. Und, 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 wo soll das Ganze noch hinführen? Vor allem, wenn man bedenkt, dass man sich in Europa gerne mal was vom Nachbarn abguckt in puncto Maßnahmen gegenüber der muslimischen Gemeinschaft. In Österreich ging es auch Step by Step. Seit 2018 ist die Verhüllung des Hauptes aus weltanschaulichen und religiösen Gründen für Kinder in österreichischen Kindergärten und bei Tageseltern untersagt. Nun wurde es auf Volksschulen, also Grundschulen, ausgeweitet. Und Martha Bissmann hat es im Parlament den Abgeordneten auch ins Gesicht gesagt, bevor die Abstimmung zum Verbot stattfand. Sie brachte es mit folgenden Worten auf den Punkt. In Wirklichkeit geht es nur darum, in einem nächsten Schritt auch die erwachsene, Kopftuch tragende Frau aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Und selbst wenn dem nicht so wäre, dann wäre dies immer noch ein Schritt zu viel. Und auch ganz interessant, zunächst war ein Verfassungsgesetz geplant. Der Gesetzesentwurf erhielt jedoch keine Zweidrittelmehrheit. Deswegen wird das Verbot als einfaches Gesetz etabliert. Also wenn die gesellschaftliche Atmosphäre vergiftet ist und der Islamhass salonfähig gemacht wird, dann werden Regelungen geschaffen, auf die eine oder andere Art und Weise, ganz nach dem Motto, viele Wege führen nach Rom. Deswegen dürfen wir uns nicht lediglich auf das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages verlassen, der 2017 zu dem Ergebnis kam, dass ein Kopftuchverbot an Grundschulen verfassungsrechtlich wohl nicht zulässig wäre. Wir dürfen nicht tatenlos zuschauen und uns darauf verlassen, dass diese Gutachten und die Einschätzungen seriöser Verfassungsrechtler Geltung haben werden. Denn wenn die gesellschaftliche Stimmung kippt, dann werden auch Maßnahmen folgen, die dem Grundgesetz und den eigenen Idealen widersprechen. Dass wir im Recht sind, ist noch lange keine Garantie. An dieser Stelle würde ich sehr gerne sagen, wehret den Anfängen. Aber leider sind das keine Anfänge. Der Prozess ist schon ziemlich weit fortgeschritten und muslimische Mädchen und ihr Kopftuch sind zur Projektionsfläche des Islamhasses geworden. Die Politik gegen Muslime, die Stigmatisierung, die mediale Hetze, all dies erinnert immer stärker an ganz andere Zeiten, die es hier in Europa gab. Die österreichische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das die Sozialhilfe von deutschen Sprachkenntnissen abhängig macht. Das muss man sich mal vorstellen. FPÖ-Politiker bezeichnen Migranten und Flüchtlinge als Ratten. Und in Deutschland sprachen Bundestagsabgeordnete von Taugenichtsen oder auch andere Offizielle in anderen Kontexten von Ziegen... Deswegen ist spätestens jetzt der Zeitpunkt zum Handeln. Falls diese Akteure dachten, dass wir das alles so sangen und klanglos hinnehmen werden, dann müssen wir sie hiermit leider enttäuschen. Da habt ihr euch ganz gewaltig geirrt. Jeder von uns steht in der Pflicht, dagegen öffentlichkeitswirksam und mit allen zweckdienlichen Mitteln vorzugehen. Eines dieser Mittel möchten wir dieses Wochenende mit euch gemeinsam nutzen. Wir werden wieder einen großen Twitter-Storm veranstalten, um den Verbotsbefürwortern und den Scharfmachern in der Gesellschaft die Stirn zu bieten und ihnen klarzumachen, dass wir es nicht hinnehmen werden, wenn Verbotsforderungen über unsere Köpfe hinweg diskutiert werden. Wir entfachen wieder einen Storm auf Twitter wie vor einem Jahr, den viele Politiker und Personen des öffentlichen Lebens vernommen haben, da wir die Twitter-Trends innerhalb von kürzester Zeit erobert haben. Wir werden wieder mit dem Hashtag nicht ohne mein Kopftuch unsere Position, Argumentation und Entschlossenheit auf Twitter verewigen, Inshallah.